Also der Kameramann oder Frau oder wir können auch sagen Bildgestalterin ist im Grunde genommen die Berufsbezeichnung. Das heißt, ich habe natürlich angefangen an der Filmhochschule klassisch mit der Kamera und die auch selber zu bewegen. Aber im angelsächsischen Bereich ist es eigentlich mittlerweile so, oder da war es immer so historisch gesehen, dass der Kameramann oder die Kamerafrau nicht mehr selber die Kamera führt, sondern einen sogenannten Operator dafür hat. Das erleichtert einfach bestimmte Arbeitsabläufe. Da muss man sich nicht mehr so mikromanagementmäßig um jede Kleinigkeit kümmern, sondern das macht dann der Operator. Und man konzentriert sich so ein bisschen mehr auf den großen künstlerischen Bogen. Und bei so großen Produktionen in Amerika ist es eigentlich so, dass ich, dass dementsprechend habe ich jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr wenig die Kamera geschwenkt. Man muss aber sagen, es gibt ein paar Kollegen, zum Beispiel der sehr berühmt Roger Deakins, Robert Richardson oder auch heute von heute mal mit Chris Nolan. Die drehen immer nur mit einer Kamera und dort gibt es auch Kameraleute, die darauf beharren, selber die Kamera nach wie vor zu schwenken. Das hängt immer ein bisschen ab von den Produktionsbedingungen. Also unter den Bedingungen, unter denen ich gearbeitet habe, da jetzt bei True Detective, habe ich das nicht mehr gemacht. Ich erarbeite zusammen mit dem Regisseur das visuelle Konzept. Also ich bin sozusagen maßgeblich der Alleinverantwortliche für alle visuellen Entscheidungen. Dann habe ich Mitarbeiter, die mir helfen, das umzusetzen. Da gibt es einmal den sogenannten GAFA. Das ist der Oberbeleuchter, der deutsche Begriff. Der steht praktisch, das ist der Chef der gesamten Beleuchtungsabteilung. Und mit dem bespreche ich zum Beispiel die Lichtaufbauten, was mir so vorschwebt. Und der setzt das dann technisch um. Ich spreche also nicht mehr mit jedem einzelnen Beleuchter, sondern ich spreche eigentlich mit dem sogenannten Oberbeleuchter. Und der delegiert das dann an sein Team. Und wenn wir dann arbeiten, würde ich auch alle Korrekturen, die ich vorhabe, immer nur mit dieser einen Person besprechen. Und der gibt das dann weiter. Dann mit dem Operator. Der Operator ist so ein bisschen zwischen Regie und Kamera. Das hängt so ein bisschen ab von dem Einfluss des Regisseurs. Es gibt Regisseure, die sind sehr bildaffin. Die würden zum Beispiel auch selber anfangen, mit dem Operator zu reden. Oder es hängt so ein bisschen von der Etikett ab. Oder würden mit mir sehr spezifisch über Bildaufbauten reden, die ich dann an den Operator weitergebe. Bei anderen Regisseuren, die jetzt vielleicht mehr aufs Schauspiel konzentrieren oder mehr auf, die vielleicht vom Drehbuch herkommen, die sich dann häufig ein bisschen mehr darauf verlassen, was der Kameramann oder die Kamerafrau so mitbringt. Dann in solchen Situationen kommuniziere ich hauptsächlich und ausschließlich mit dem Operator. Das geht heute technisch relativ einfach, weil wir alle so Headsets aufhaben und wir haben ja auch eine Live-Video-Ausspielung. Ich sehe also, wie das Bild komponiert wird und gebe dann praktisch auch sehr konkrete Vorgaben. Ist so ein Operator, ist aber auch im Grunde genommen ein richtig guter Operator, bringt auch ein bisschen selber ein künstlerisches Gefühl mit. Und ist auch erpicht darauf, sozusagen mit dem Kameramann oder der Kamerafrau eng zusammenzuarbeiten, macht vielleicht auch selber Vorschläge und ist eigentlich auch eine sehr kreative Arbeit. Und manchmal, wenn das erstmal läuft, wenn man so ein paar Monate zusammen war, dann wissen die sowieso schon, was man mag und was man nicht mag. Und dann wird die Kamera schon so aufgestellt, wo sie wissen, okay, das wird meinem Chef oder meiner Chefin gut gefallen. Es gibt so bestimmte Sachen, zum Beispiel eine Handkamera. Da spürt man sehr deutlich den Menschen, der die Kamera führt. Und dann gibt es natürlich schon Momente, wo auch ein Operator mal eine Handkamera macht, wo ich denke, ich würde es eigentlich vielleicht ein bisschen anders machen. Aber auf der anderen Seite bringt dieser, ist es manchmal auch gut, Leute, die sehr nah und sehr viel für einen arbeiten, auch einen Raum zu geben, sich selber zu entfalten. Und dann ist es am Ende nur noch eine kleine Geschmacksdifferenzierung, wo man eigentlich sagt, Moment mal, eigentlich ist das ein bisschen jetzt gerade mein Ego, was spricht. Und künstlerisch für den Film spielt das keine Rolle, ob das jetzt diesen Ausdruck hat oder diesen Ausdruck. Und dann muss man, gibt es auch Momente, wo ich bewusst ein bisschen zurücktrete und denke, ich lasse den jetzt mal machen. Also ich finde, es gibt so eine Inflation in der Bildgestaltung, dass sich die Kamera häufig bewegt, ohne dass sich was im Bild bewegt. Also kennt man ja so die Klassischen, da sitzt einer und die Kamera fährt rum und währenddessen wird gesprochen. Das ist immer so ein sehr leichtes Ausdrucksmittel, was man sich aussucht, um so ein bisschen Dynamik zu generieren und manchmal auch vielleicht über einen gewissen Stillstand in der Geschichte hinweg zu täuschen. Und ich versuche das eigentlich zu vermeiden. Also ich versuche eigentlich, ich finde es wichtig, dass sich das Bild bewegt und die Kamera sich vielleicht mit dem Bild bewegt. Also wenn ich sage, das Bild bewegt, dass sich Menschen im Bild eine Bewegung erzeugen. Und wenn sich niemand bewegt, es sei denn, ich bin jetzt in irgendeinem Thriller und will jetzt irgendein Geheimnis aufbauen, dann hat die Kamera natürlich eine dramaturgisch andere Aufgabe. Aber grundsätzlich finde ich das schon wichtig, dass sich vor der Kamera eine Dynamik entwickelt, die ich dann auffange, anstatt sozusagen das nur mit der Kamera zu machen. Das ist so eine Art Grundsatzregel von mir. Ich kann eigentlich nur Licht so ein bisschen inhaltlich beschreiben. Also ich würde sozusagen erstmal die innere Logik beschreiben, wo würden Lichtquellen sein. Und dann, wenn man diese Logik festgezurrt hat, dann ergibt sich daraus, woher man das Keylight nimmt. Und die Aufhellung, die setzt man am Ende, setze ich immer, ende immer nur noch dazu, wenn ich sie brauche. Also man würde eher so eine Logik besprechen und dann vielleicht sagen, okay, wenn wir jetzt hier in einer Bar wären, würde das von dem Tresen her kommen. Wenn es vom Tresen her kommt, was für eine Qualität hat das? Also ist es ein weiches, ist es ein Neonlicht, ist es vielleicht eher ein pointiertes, hartes Kunstlicht? Und wenn man das besprochen hat, dann setzt man die Aufhellung ein bisschen dazu, falls man sie braucht. Was bei so einer Produktion wie bei True Detective natürlich sehr wichtig ist, weil wir jetzt zeitlich sehr komprimiert arbeiten müssen, ist, dass es einen hohen Grad an Vorbau gibt. Also zu dem Zeitpunkt, wenn ich an den Drehort komme, müssten diese Sachen schon alle eingebaut sein. Damit man dann, würde man eine Probe machen, dann würden die Schauspieler vom Set gehen und dann hat man circa 20 Minuten, in denen man das dann festzurrt. Und dann gibt es sogenannte Stand-ins, die setzen sich dann vor die Kamera, weil die Schauspieler entweder in die Maske gehen oder man kann nicht von Jodie Foster erwarten, dass sie stundenlang vor der Kamera sitzt. Und dann setzt man das auf den Punkt. Und diese Vorbereitung, das ist eigentlich für mich das Wichtigste, dass ich mit dem Oberbeleuchter zusammen eine Struktur schaffe, aus der heraus, ich weiß, dass ich innerhalb von 20 Minuten das auf den Punkt bringen kann. Wenn ich mir erst da überlege und jetzt denke ich so, jetzt möchte ich noch Lampen aufbauen, das ist eigentlich zu spät. Also wenn man jetzt sagt, 20 Minuten, kannst du eigentlich nur noch über Intensität und Farbe sprechen, aber nicht mehr über Positionen. Das heißt, das muss eigentlich vorher vorgebaut sein. Was ich grundsätzlich beim Licht absolut wichtig finde, ist natürlich das Augenlicht. Einfach im Idealfall würde ich die Führung immer so positionieren, dass sie automatisch ein Augenlicht macht. Einfach immer. Also es ist schon, manchmal ist es einfach ein bisschen fizzelig, wenn die Führung steht und du kriegst mit, ah, scheiße, aufgrund der Physiognomie des Darstellers oder einfach auf Verkettung unglücklicher Tatsachen, musst du jetzt nochmal separaten Augenlicht setzen. Also das versuche ich in einem Abwasch zu machen. Und das Augenlicht ist eigentlich das Wichtigste. Wenn man ein Celluloid belichtet, so wie ich das gelernt habe zumindest, es gibt ja auch Leute, die das auch anders gemacht haben, aber ich habe immer sehr diszipliniert gearbeitet mit dem Spotmeter, immer sehr genau die Belichtung vorgenommen und habe das auch mit digital fortgesetzt. Einfach so, weil am Anfang war das Monitoring bei digital häufig noch nicht so gut. Wenn du dann müde warst, hast du das Gefühl, das sieht ja alles anders aus. Dann gab es, gibt es ja häufig Sachen mit Steadicam, die laufen irgendwie vorweg und dann fand ich es immer einfacher, wenn ich es gemessen habe, dann konnte das alles aussehen, wie es sollte. Ich wusste ja, was war. Ich hatte meistens bei den Tests das einmal so ausgemessen, also die Belichtung im Verhältnis zum Lat, im Verhältnis zum Waveform und zur Kamera und dann wusste ich, okay, das passt alles und dann habe ich mich darauf verlassen. Das führt jetzt natürlich zu einer bestimmten geistigen Verstreifung, weil ich tatsächlich immer noch auf 500 ASA arbeite, weil ich immer auf 500 ASA gearbeitet habe, also auch als wir noch Celluloid gedreht haben. Und beim letzten Mal hat dann mein DIT, den ich auch seit mehreren Jahren jetzt immer mitziehe, ein junger Mann aus Italien, Lorenzo Sama, der hat dann auch mal zu mir gesagt, Florian, du kannst auch die ASA-Zahl verstellen. Es ist technisch möglich. Und wir haben es dann bei True Detective auch gemacht. Da haben wir zum Beispiel immer auf 1200 gedreht, weil das Korn dann ganz schön war. Also ich habe mich ein bisschen entspannt. Das fing eigentlich ironischerweise mit Tal an, weil Todd Field bei dem Film sehr viele mit hoher Tiefenschärfe arbeiten wollte, auch in den Nachtszenen. Und da haben wir dann, das waren wir schnell bei 3600 ASA, weil wir einfach eine 4 oder sowas hinkriegen mussten, oder eine 5, 6, um so eine Tiefenschärfe zu erreichen. Licht, ich könnte immer, wenn man dann fertig ist, könnte ich den Film eigentlich normal machen, das noch verfeinern und besser auf den Punkt bringen und so. Das ist vielleicht auch das Schöne daran, dass es einfach verschwindet dann, dass man das gemacht hat und dann hat das seinen eigenen neuen Aggregat-Zustand und dann lässt man es auch los.